18 Minuten Rennen Eine kurze Pause, tauschen die Karz untereinander aus und dann nochmal für 18 Minuten einrennen. Dann gibt es keine Zeitnehmung mehr. Und ihr fahrt die letzte Runde bitte nur noch gemütlich zu Ende, weil nach einer Runde stehe ich dann auf der Strecke, um euch anzuhalten. Das war ja nicht. Wo muss man auf der Seite passieren? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020